Willkommen Freunde, zurück zu einem neuen Video. Heute soll es mal nicht speziell um Airpods gehen, sondern um den Schutz dieser Cases von den Airpods. Und deswegen hat mir der Hersteller KMMIN, ich weiß nicht direkt, wie man das richtig ausspricht, entschuldigt mich da, falls das irgendjemand besser weiß, gerne unten in die Kommentare schreiben. Die haben mir Schutzhüllen dafür zur Verfügung gestellt und die möchte ich euch heute einfach mal gemeinsam hier vorstellen. Denn das sind wirklich Schutzhüllen, die man sogar fallen lassen kann. Ich lasse die jetzt mal hier, ich sitze auf dem Stuhl, Achtung, einfach mal nach unten fallen. Ja, mal sehen, ob das das überlebt hat, werden wir auf jeden Fall sehen. Zwei habe ich hier auf jeden Fall noch, die kann man fallen lassen und die sind sogar wasserdicht. Diese hier nicht, das ist ein normales Silicon Case, zeige ich euch trotzdem. Die anderen, also das eine, was ich jetzt fallen lassen habe und dieses hier ist allerdings auch wasserdicht, also ich könnte damit auch wirklich zur Poolparty gehen und es sollte nichts passieren, das testen wir eben jetzt auch. Und am Ende gibt es dann natürlich das Fazit, wie ich diese Höhlen gefunden habe. Die Höhlen liegen so bei Preislicht bei 20 Euro, liegen diese mit dem Wasserschutz und eben auch mit diesem Drop, also Fallschutz. Und die schauen wir uns eben jetzt mal gemeinsam an. Übrigens gibt es da unten in der Videobeschreibung einen Link, der nennt sich Hightechs 15. Und wenn ihr diesen bei der Bestellung eingebt, könnt ihr auch noch 15% auf den Preis sparen, sodass sie euch dann wirklich eben auch nochmal günstiger kommen. Die Schutzhöhlen gibt es sowohl für die AirPod Pro, als auch für die Airpods der ersten und zweiten Generation, also eine komplette Bandbreite. Weiterhin hat der Hersteller natürlich auch noch andere Produkte für Smartphones und so weiter. Also einfach mal auschecken, ist eigentlich eine ganz interessante Seite, wo der ein oder andere von euch sicherlich was finden wird. Ansonsten legen wir mal ganz kurz los mit diesem Silicon Case für die AirPod Pro. Das ist jetzt nichts ganz großartig Besonderes, denn ich habe es jetzt hier einfach in schwarz und natürlich ist es einfach ein normales Silicon Case, was die Kopfhörer eben schützt. Es passt natürlich gut um diese Kopfhörer, sieht gut aus. Wir haben an der Seite so einen Karabinerhaken, hinten natürlich auch die Aussparung, also nicht die Aussparung, aber so einen Knopf eben direkt, wo auch so ein Powerzeichen drauf ist, wo zum An- und Ausschalten beziehungsweise eben zum Verbinden der Kopfhörer beim ersten Mal. Und unten haben wir natürlich auch den Ladeanschluss geschützt. Das Schöne an diesem schwarzen Case ist, dass man es eben hinstellen kann und es eben steht, weil es unten abgeflacht ist. Weiterhin war zu dem schwarzen Case eben auch noch so ein anderes Case dabei, wo noch ein bisschen Zubehör dabei war, wie zum Beispiel ein Pinsel, damit man eben auch die AirPod Pro gut reinigen kann. Ansonsten auch noch ein Karabiner und eben auch noch so ein Anti-Lost-Band, was magnetisch ist, wo man eben die AirPod Pro befestigen kann, dann sich um den Hals hängen kann und die dann eben, wenn man die rausnimmt, erstmal um den Hals hängen bleiben und eben auch nicht verloren gehen können. Das war auch noch dabei, sowie eben auch noch ein weiteres Band, wo man einfach noch, ja, dieses Case beispielsweise befestigen kann. Das ist also zu der normalen Silikonhülle. Das ist jetzt nicht ganz so was Großartiges, es ist eben was ganz Einfaches in Schwarz. Großartig wird es dann eben bei diesen, ja, wasserfesten Cases und eben auch fallsicheren Cases. Das Schöne an diesen Cases ist, sie bestehen aus Silikon und aus einem Silizia-Gel. Silizia-Gel kennt man davon, das sind diese kleinen Kügelchen, die immer in irgendwelchen Paketen mit drin sind, um eben Feuchtigkeit fernzuhalten. Und das ist natürlich hier ganz wichtig, denn wenn die mal nass werden sollten, irgendwie mal nass gespritzt werden, dann kommt eben diese Feuchtigkeit nicht in euer AirPod Case rein und es wird eben, eure teuren Kopfhörer werden dadurch eben wirklich gut geschützt. Wie ist ansonsten dieses Case aufgebaut? Optisch seht ihr es natürlich selbst, wie diese beiden Cases aussehen. Das ist einfach ganz normales, richtig dickes Silikon, was sich aber sehr, sehr schön anfühlt. Also tatsächlich jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie sehr, sehr klobig, aber es macht trotzdem einen dicken Eindruck, also vermittelt einen guten Schutz. Das Schöne ist, sie sind natürlich IP68 zertifiziert. Das bedeutet natürlich auch, dass sie eben gegen Wasser geschützt sind. Und das sind sie auch wirklich. Wie man auch sehen kann, man kann sie wirklich ins Wasser eintauchen. Zwar jetzt nicht, ja, wahrscheinlich 10 Minuten oder ähnliches, aber wenn sie wirklich mal kurz ins Wasser fallen, was jetzt nicht 50 Meter tief ist, wird das euer AirPod Case auf jeden Fall überleben, sofern ihr das eben auch gut hier verschlossen habt. Denn ihr müsst es dann eben richtig gut randrücken, dass es eben auch wirklich wasserdicht ist. Weiterhin sind diese Kopfhörer auch noch fallsicher, also man kann sie fallen lassen. Bis zu 1,20 Meter gibt der Hersteller an. Ich habe das jetzt noch nicht, also zwar getestet, auf Hüfthöhe einfach mal fallen lassen. Da ist mir nichts kaputt gegangen. 1,20 Meter wird ein bisschen höher sein als Hüfthöhe, denke ich jetzt mal. Aber da geht auf jeden Fall jetzt nichts kaputt. Wahrscheinlich könnte sie ja auch aus dem zweiten Stock rausfallen lassen. Ich würde sogar meinen, dass die das irgendwie noch abfedern könnten, weil das ist schon wirklich ordentlich. Ich wüsste da jetzt nicht, was da kaputt gehen soll. Also die machen einen richtig, richtig guten Eindruck, diese Cases. Und ansonsten haben wir natürlich auch, sowohl bei der ersten und zweiten Generation von diesen Cases, die teilen sich das Case, haben wir hier hinten den Button sowohl für die zweite Generation, der weiter oben ist, diesen Knopf, den wir drücken können und für die erste Generation, der weiter unten ist. Also da müsst ihr auch nicht wählen, ob ihr die erste oder zweite Generation habt, sondern ihr habt gleich beide Knöpfe hier hinten, so ein paar Abdrücke drauf, damit ihr eben wisst, okay, da muss ich drücken oder da. Dann haben wir natürlich auch hier eine Aussparung bei der ersten und zweiten Generation unten. Immer schön verschließen. Ihr müsst da richtig, richtig reindrücken, weil ansonsten ist es eben nicht wasserdicht. Die sind natürlich, wenn sie wasserdicht sind, auch staubdicht. Gegen Staub also auch gesichert. Und genau dasselbe natürlich hier auch bei dem Airpods Pro Case. Also das ist genau dasselbe, sieht eben nur ein bisschen anders aus. Was aber auffällt, wenn wir das öffnen, fällt die Lasche eben direkt nach hinten ab und bleibt nicht wie bei diesem Standard schwarzen Silikon Case um diesen Scharnier kleben, in Anführungsstrichen. Denn das ist natürlich einfach schwerer und fällt dann eben auch ab. Das ist aber auch vom Hersteller gewollt, denn so ist es auf den Produktbildern auch abgebildet. Also das ist nicht irgendwie eine Fehlproduktion, sondern man muss es dann eben so machen. Man klappt eben erst das Scharnier vom Case zu und klappt dann eben diesen Schutz wieder oben richtig drauf und macht es dann eben richtig dicht, damit die eben auch richtig dicht sitzen. Gegen Wasser ist es eben besonders geschützt, wie ich auch schon meinte mit IP68. Und man hat eben hier, wenn man dieses Case öffnet, so eine Rille weiter unten reingemacht und oben vom Deckel kommt dann eben diese Dichtung, in Anführungsstrichen, richtig rein, wird reingedrückt, damit das eben auch wirklich schön dicht hält. Man muss, sage ich jetzt nochmal, immer auch richtig nochmal fest zudrücken, damit die 100% dicht sind. Denn wenn ihr das jetzt nur so leicht halbherzig drauf macht, dann kann es eben sein, dass hier ein leichter Spalt ist und dann irgendwie mit der Zeit Wasser in euer Case eindringt. Also wirklich darauf achten, dass ihr es richtig schön fest zugemacht habt. Ansonsten kann man hier allerdings bei diesen Cases von dem Hersteller sagen, dass sie wirklich gut um das Case sitzen. Hier gibt es überhaupt keine Luft. Ist natürlich auch wichtig, damit da eben kein Wasser eindringt. Überhaupt keine Luft. Sie sitzen sehr, sehr gut am Case. Sehen dazu, wie ich finde, auch nicht schlecht aus. Also natürlich dieses Grün und dieses Weiß. Das ist jetzt nicht so 100% meins. Wobei ich aber sagen muss, wenn es natürlich sehr gut schützt, was es auf jeden Fall tut, denn es hält eben Stürze aus, was manchen natürlich auch mal aus der Hand fällt. Und es hält auch Wasser aus. Was braucht man also noch? Dazu schützt es euer Case noch vor Kratzern. Dann ist es auf jeden Fall wirklich für die ein oder anderen sehr viel wert. Denn Airpods für 280 Euro möchte man sich ja nicht unbedingt verkratzen lassen. Und um euren Smartphone habt ihr natürlich auch einen Schutz. Da legt ihr auch großen Wert drauf. Und warum sollte man das nicht bei den Airpods machen? Also deswegen, das eben wirklich gut schützen, das kann man vergleichen mit so einem Panzer Case um ein Smartphone beispielsweise. Das hält genauso viel ab. Ja, ansonsten habt ihr, wie ich auch schon meinte, um jedes Case natürlich diese Karabiner laschen, falls ihr die irgendwie an eure Hose befestigen wollt oder ähnliches. Ja, das kann es jetzt aber auch schon von diesen Cases von dem Hersteller KMMIN gewesen sein. Denn mehr kann man darüber jetzt im Prinzip auch nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich jetzt dazu sagen, ich habe die mir mal zukommen lassen und bin davon wirklich überzeugt. Wer Schutz auf seine Airpods legt, der kann hiermit wirklich gute Produkte finden bei diesem Hersteller, denn die können eben wirklich auch mal von hier oben, ich lasse jetzt mal die Airpods Pro einfach fallen. Achtung, ist mir jetzt auch egal, weil die halten das aus. Ich bin mir einfach sicher. Fertig. Also da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Auch nochmal hier die Airpods der ersten oder zweiten Generation. Zack, weg sind sie. Ihr habt es, denke ich, mal gehört. Dieses Case lasse ich natürlich nicht fallen, denn das ist nur ein normales Silikon Case, was ihr überall bekommen könnt. Nicht bei diesen Herstellern kaufen müsst oder so. Das andere ist vielleicht so ein bisschen einzigartig, also das hat nicht jeder Hersteller und das ist hier eben so etwas Normales. Wenn, dann würde ich auf jeden Fall persönlich auf den Wasserschutz und auch auf diesen Fallschutz großen Wert legen, damit da eben nichts kaputt geht und das soll es im Prinzip jetzt auch von diesem Video gewesen sein. Also an sich gibt es da jetzt keine Nachteile bei diesem Produkt, die ich jetzt feststellen konnte. Es ist wasserdicht, es geht nicht kaputt. Also was wollt ihr mehr? Und das für den Preis von 20 Euro beziehungsweise noch 50% Rabatt drauf. Kann man auf jeden Fall machen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke euch fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.